Hallo liebe Kinder, hier spricht Neptun. Der Klaunfisch ist eindeutig das süßeste Tier der Welt, aber vergesst bitte nicht. Salzwasserfisch, Nemo ist ein Salzwasserfisch. Salzwasserfisch, Nemo ist ein Salzwasserfisch. Ganz genau. Ja, der Klaunfisch ist ein wildes Tier. Nein, er wohnt nicht hier, ja er ist falsch bei dir. Er hat keine Lust auf Aquarium, denn da schwimmt er nur dumm im Kreis herum. Unter'n Weihnachtsbaum passt das auch kaum, dann wird Nemo krank und aus der Traum. Denn ihn zu halten schafft man kaum. Er braucht klares, warmes Wasser in der Temperatur wie im Korallenriff. Ja, so mag er es nur, er sagt ne See. Anomone ist, wo ich gerne wohne und das Kinderzimmer ist Gefahrenzone. Denn Salzwasserfisch, Nemo ist ein Salzwasserfisch. Ah yeah! Salzwasserfisch, Nemo ist ein Salzwasserfisch. Der König der Löwen ist doch auch süß. Ja, ja schon gut.